Und wieder steht 2,9, das stand ich glaube ich auch im ersten Satz, so hätte ich mich erinnert. 10 zu unmöglicherweise auch. Und Aufschlag. Also, er kann das auch mit der Rückhand, ohne da irgendwas zu verdecken. Das Schnittgefühlbereich ist bei ihm da schwer einzuschätzen, die Services von Heiko Mell. Danke.